Fynn Fynn hast du Essen für mich? Deine machen wir haben eine G Ja ich hol ihn schon Ich hab 6 Gold im Endeffekt von der MSB Schiene Ja ich spiel den Crashdown Entweder zu Paul oder auf Erden Achtung mit G Bet, 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 Bet Bet, Bet Bet Das mein ich auch Die scheiß konnte so unnötig war Alter ich hab das Schild mal voll Egal Dann Marcel Fynn Da sind jetzt noch 2 auf meinem Dach Jungs Lass auf Oh Liga ich hab die One Line gegen dir Oh Liga ich hab die One Line gegen dir Hahahaha Ja was ist das denn Alter Gibt mal einmal so 80 haben wieder Minecraft landiert gegen sowas Hat das unter dir? Ja ich dachte die spielen eigentlich nur normale Leute die spielen gegen das Egal Egal scheißerot Ja ich kann das jetzt hr Hr Eiko was gibt es eigentlich so kleine Schildkrünge Was gibt es eigentlich so kleine Schildkrünge Na dann Meinen Auf gehts, ich geh jetzt unten gold saven. Da kommt eine Achtung. Auf gehts Jungs. Ich bin überfordert. Pass auf. Ja, ich kann da auch bei Rune nicht erklären. Falsches weiß ich. Das könnte ich gerne erklären. Schneller 1 second. Nein, der war nicht. HCP. HCP5. Logo, bei 5 Minuten. Nee, weil bitte... Ich dachte... Ja, ich hatte das voll im Endeffekt. Jungs. Arme Survivor. Lauf. Das hat er noch geklappt, ey. Schade, ey. Der ist dumm. Ist er doch auch. Der ist in Snacks. Vorne. Vorne. Unten. Oh, oh, oh. LoL. Oh, 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 Kotti, Junge, Kotti, Mann, oh mein Gott, das ist BW-Schwitzer. Warte, oh, geh hoch, Wann zum Camp. Jetzt hol den E4, hol das Bett und mach. Kotti Bett, Kotti Bett, Bett. Unten ist halt Gold, ne, unten ist 4. Ja, wie viel Hoffnung er hat. Mach du auch nicht. Kotti ist grün, NEIN, ich hab wieder diese Fanboys, NEIN, ich hab eine Paranoia gegen die entwickelt. Scheiße, NEIN, bitte nicht. Hast du jetzt EP? Bitte, nein, tschüss. Ob ich hin? Achtung, IP, Kotti. Ey, jetzt musst du IP haben, ja. Tschüss. Achtung. Kotti, du hast noch gewinnt, Alter. Tschüss. Ich schwöre, hol dir eine EP. Nein, ich hab einen Faden gekauft. Was war das noch mal eine Trap? Genau, auf geht's, Jungs. Warte. Er lebt. Er lebt immer noch, Alter. Ey, versuch mal, in die Mitte zu gehen, da sind 6 Gold oder so. Ja, 6 Gold. Auf geht's, Jungs, ich hab einen Timporter. Hol den direkt. Scheiß auf EP, Alter. Nein, die EP. Junge, die sind so vollidiot. Die springen eh drei Leute runter, da hast du 1 gegen 1, ja. Ja, 3, ich bin runter, 1 gegen 1. Der andere geht mit, ja. Ja, er hat 30 Gold jetzt, Alter. Lauf, Kotti, Kotti, Kotti. Nehmen wir die, nehmen wir die, alle auf. Alles easy, Jungs. Jetzt umdrehen und sie kommen Prefire. Zack, boom. Geh, andere Seite. Was für andere Seite, Mann? Geh, Kotti. Geh, Kotti, Kotti. Kotti, Kotti. Kotti, Kotti, Kotti. Kotti, 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 Kotti. Kotti, 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 Kotti. Du bist tot, du bist tot, du bist tot, du bist tot, du bist tot. Hinter dir, der bin ich um, du musst jetzt, jetzt musst du schießen. Was, du hast keine Blöcke mehr, nein? Ich hab gesagt, er lebt runter. Du bist so, Scheiße. Ach so, geil. Ich hab gesagt, er lebt runter. Das war's für heute.